hey leute ich zeige ich stelle euch in diesem video meine zwei nur in neuem pferde vor also als erstes kommen ein pony er kommt ja das ist tony also ich habe zum toni genannt und er ist ziemlich süß und schön mit dieser schönen blässig hier und er gefällt mir sehr gut deswegen habe ich ihn gekauft gut dann geht es weiter dieser tollen stute hier das ist roxy sie ist einer meiner lieblingsstuten jetzt geworden weil sie echt sehr wunderschön ist sie ist sehr süß und ja mich freut es dass ich sie gekauft habe und ja es geht weiter also vergesst nicht mich und bella schleicht zu abonnieren und ich würde sagen traurige geschichte drehe ich morgen mit meiner kusinchen den zweiten teil dass ihr bescheid wisst und ich würde mal sagen bei leute kusinchen sagt auch bei bye bye